Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit mir, Dillspitzen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Rahmsoße zubereite, bleibt dran! Nachdem ich heute eine Pilzrahmsoße machen möchte, widme ich mich zuerst meinen Pilzen. Wenn ich diese vor meiner Soße in derselben Pfanne anbrate, wird die Soße von den Rückständen gleich viel pilziger. Ich habe hier 300 Gramm weiße Champignons. Mein Supermarkt nennt die übrigens Thüringer Mützen. Da die Pilze relativ klein sind, werde ich diese nicht in Scheiben schneiden, sondern maximal vierteln. Während ich hier Pilze schnipple, kann ich euch ja vielleicht ein bisschen Hintergrundinfo zur Rahmsoße liefern. Vielleicht sagt euch ja der Name Escoffier etwas. Genauer gesagt Georges Auguste Escoffier, ein französischer Meisterkoch, der nicht nur verschiedene Gerichte erfunden hat, zum Beispiel Birne Helene oder Pfirsich Melba, sondern auch diverse Bücher verfasst hat. In seinem 1903 zuerst erschienenen Le Guide Culinaire hat er systematisch sein Wissen über die Kochkunst niedergeschrieben. Darin enthalten auch eine Abhandlung über die fünf französischen Grundsoßen, Hollandaise, Velouté, Béchamel, Tomatensauce und Sauce Espagnol, sowie deren Abwandlungen. Ich mache heute eine abgewandelte Sauce Espagnol. Diese besteht aus dunkler Brühe, Tomate, Aromaten nach Wahl und dann einer Roux aus Mehl und Butter. Wenn man diese Soße mit Sahne und Pilzen verfeinert, erhält man eine Sauce Chaussure, also eine Jägersoße. Diese mache ich heute für euch und mich. Ihr könnt natürlich die Pilze auch weglassen und stattdessen andere Aromaten hinzufügen, zum Beispiel Cognac anstatt Wein, Pfefferkörner anstatt Pilzen und ein wenig Demiglas anstatt der Sahne. Das mache ich ein bisschen anders, als man es sonst so sieht. Ich gebe die Pilze in eine heiße Pfanne, bei Mehlstufe 12 und 14, ohne Öl und mache direkt den Deckel für zwei bis drei Minuten drauf. Das gibt den Pilzen genug Zeit, ihre Zellwände zu öffnen und die Flüssigkeit an die Pfanne abzugeben. Hier ist es jetzt soweit, es steigt Dampf aus der geschlossenen Pfanne auf. Wenn die Pilze in ihrem eigenen Saft schwimmen, Deckel beiseite legen und so lange köcheln, bis das Wasser in der Pfanne verdampft ist. Hier sind wir jetzt bei knapp drei Minuten. Jetzt könnt ihr im Schnelldurchlauf Wasser beim Verdampfen zusehen. Nach ca. sechs Minuten ist das Wasser verdampft. Erst dann gebe ich ein wenig Öl in die Pfanne und brate die Champignons rundherum goldbraun an. Mit dieser Methode werden die Pilze garantiert nicht schleimig, sondern bekommen eine fleischartige Konsistenz. Zwischendurch immer mal mit dem Kochlöffel herumrühren, damit alles gleichmäßig bräunt. Das hier ist mein gewünschter Bräunungsgrad. Ich gebe die Pilze jetzt auf einen Teller, bis ich sie wieder benötige. Nun geht es an die Vorbereitungen für die Soßenbasis, die ich aus verschiedenen Aromaten herstelle und einreduzieren lasse. Hier schneide ich gerade meine gelben Zwiebel in nicht zu große Stücke. Alle Mengenangaben und ein ausdruckbares Rezept findet ihr übrigens auf meinem Blog. Der Blogpost ist hier in der Videobeschreibung verlinkt. Als Flüssigkeit nehme ich Rinderbrühe. Wenn ihr selbstgemachte habt, nehmt die. Meine Vorräte sind leider erschöpft, daher nehme ich böse Brühwürfel. Des Weiteren benötigt ihr Sahne. Das kann Schlagsahne oder Kochsahne sein, aber auch eines der Alternativprodukte, wie ich es hier aktuell im Kühlschrank hatte. Hier nun die Zutaten, die ich für die Reduktion benötige. Meine angehörerte Rinderbrühe, etwa 1 Liter. Die vorbereiteten Zwiebeln und Tomatenmark. Hier nehme ich gerne das im Glas aus dem türkischen Laden, das schmeckt weniger metallisch. Sowie zum Ablöschen etwas Weißwein. Wir nehmen uns zur Zubereitung der Soßenbasis. In derselben Pfanne, in der ich auch die Pilze gebraten habe, gebe ich bei mittelhoher Hitze etwas Öl hinein. Hierzu kommen die Zwiebeln. Wenn ihr wollt, dass die Zwiebeln schneller an Flüssigkeit verlieren, könnt ihr hier auch für eine Minute den Deckel auf die Pfanne legen. Nach etwa 8-10 Minuten sollten die Zwiebeln, unter gelegentlichem Rühren, schön karamellig braun sein. Jetzt gebe ich das Tomatenmark dazu und röste es zusammen mit den Zwiebeln für etwa eine Minute an. Herzstufe auf 10 von 14 senken und die Pfanne mit Weißwein ablöschen. Kräftig rühren und den Fond vom Boden der Pfanne kratzen. Ich habe nach etwa einer Minute auf ein Holzschaber gewechselt. Wenn der Wein fast komplett verkocht ist, mit der vorbereiteten Rinderbrühe aufgießen. Unter kräftigen Rühren aufkochen und bei Stufe 6 so lange köcheln, bis das Flüssigkeitsniveau etwa um 1 cm gesunken ist. Das Einreduzieren hat bei mir etwa 10 Minuten gedauert. In der Soßenbasis befinden sich jetzt immer noch kleine Zwiebelstückchen. Um eine sämige Konsistenz zu erreichen, püriere ich meine Reduktion jetzt einfach mit dem Stabmixer. Um genau einschätzen zu können, wie viel Butter und Mehl ich für meine Ruhe benötige, fülle ich meine Soßenbasis jetzt in einen Messbecher ab. Ich habe hier ungefähr 950 ml Soßenbasis. Dazu kommen noch etwa 250 ml Sahne. Insgesamt also etwa 1200 ml Flüssigkeit. Man rechnet pro 100 ml Flüssigkeit etwa mit 10 g Butter und 10 g Mehl. Da meine Reduktion und Sahneersatz beide deutlich dickflüssiger als Brühe und Milch sind, multipliziere ich meine 12 nicht mit 10, sondern nur mit dem Faktor 7. Das heißt, ich benutze nur 85 g Mehl und Butter. Rückblickend hätte ich die sogar vermutlich auf 60 g Faktor 5 reduzieren können. Ich verwende für meine Mehlspitze gerne eine Stielkasserole, insbesondere diese von Ikea. Durch die nicht gerade verlaufenden Seitenwände kommt man mit einem Schneebesen gut auch an den Rand. Wenn etwa so viel Soße wie ich zubereitet, sollte euer Topf mindestens 2 Liter Flüssigkeit fassen können. Für die Ruhe bei mittlerer Hitze 10 von 14 die Butter ausgehen lassen. Dann unter stetigem Rühren mit einem Holzlöffel das Mehl einarbeiten. Etwa 2 Minuten. Die Messe ist zu diesem Zeitpunkt noch recht dünnflüssig. Jetzt in 2-3 Zugaben die Sahne einrühren. Keine Panik, durch die zugesetzte Flüssigkeit quillt die Stärke im Mehl erstmal gewaltig auf und alles wird sehr klumpig. Die Soßenbasis wird jetzt in 3-4 Zugaben eingerührt. Wenn sich die Ruhe genug verflüssigt hat, wechsle ich auf einen Schneebesen und rühre alles glatt. Jetzt unter Rühren die Soße 3-4 Minuten köcheln lassen. Hier dickt die Soße jetzt noch nach. Wenn sie euch zu dickflüssig ist, einfach nochmal etwas Wasser hinzugeben. Nachdem die Konsistenz der Soße passt, geht es nun ans Abschmecken und an die Farbkorrektur. Wichtig ist, dass Salz- und Säurelevel miteinander harmonieren. Ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer und geriebene Muskatnuss können auch nicht schaden. Ich schmecke meine Soßen zudem gerne mit Worcestershire-Soße ab. Hier habe ich die von Ostmann. Lee & Perrins bekommt man hier nämlich noch seltener als Heinz. Und nochmal schnell ein Löffelchen probiert. Ein bisschen Salz hat noch gefehlt. Und ein wenig frisch gemahlener schwarzer Pfeffer auch. Die Farbe ist aufgrund des Tomatenmarkts sehr orange-lastig. Um dies etwas ansprechender zu färben, greife ich auf einen Trick der professionellen Küche zurück. Zuckercouleur, auch häufig Soßenbraun genannt. Eine natürliche, geschmacksneutrale Karamellfarbe. Findet man in jedem Supermarkt bei den Gewürzen. Und ein bis zwei Teelöffel reichen aus, um der Soße einen ansprechenden braunen Ton zu geben. Ja, hier im Video sieht man kaum einen farblichen Unterschied. In Realität aber schon. So, zuletzt füge ich jetzt noch meine gebratenen Pilze zur Soße hinzu und lasse diese durchwärmen. Fertig! Ich serviere die Rahmsoße zum Beispiel zu Köttbollah oder wie hier als Jägerschnitzel. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und abonniert meinen Kanal. Salut, bis zum nächsten Mal!